hallo und herzlich willkommen zum online summit zeit des wandels das alte wissen kehrt zurück ich bin alicia kosumitra und ich habe für dich hüter des alten wissens weisheit lehrer spirituelle lehrer schamanen priester heiler kräuterfrauen und menschen der neuen zeit zusammengebracht um dich zu begleiten in der zeit des wandels es ist eine zeit die sehr viel von uns allen fordert eine zeit in der die dunkelsten schatten in uns und in der welt auftauchen eine zeit der transformation ebenso ist es eine zeit von der alle prophezeiungen der ureinwohner handeln eine zeit in der das alte transformiert wird damit die neue zeit geboren werden kann in diesem summit möchten wir dich unterstützen dich zu erinnern wer du wirklich bist wir möchten dich erinnern an deinen seelenplan an deine bestimmung und warum du wirklich hier auf der erde bist es ist eine zeit in der wir uns wieder rück verbinden können mit mutter erde mit den zyklen von leben und tod eine zeit in der die weibliche kraft zurückkehrt und in einheit kommen mit der männlichen kraft es ist eine zeit um die tiefsten urwunden zu heilen und uns wieder an unsere wahre kraft zu erinnern und diese kraft in die welt zu bringen bist du bereit dafür möchtest auch du deine kraft wieder entfalten möchtest auch du dich daran erinnern wer du wirklich bist sehnst du dich nach harmonie und frieden nach einheit danach ein erfülltes ein glückliches leben zu leben im einklang mit allem was ist möchtest du durch diesen wandel gehen und gemeinsam eine neue zeit kreieren dann lade ich dich ganz ganz herzlich ein dabei zu sein lasst uns die weibliche kraft wieder ins fließen bringen lasst uns zurückkehren in den schoß von mutter erde lasst uns gemeinsam wunderbare interviews erleben zeremonien rituale kraftvolle meditation damit wir gemeinsam unsere kraft erinnern gemeinsam in unsere bestimmungen kommen diese leben und verbirklichen können wunderbare sprecher wie zum beispiel neil donald walsh paramahansa sri swamishwananda rosita vigo sandra ingermann die Maya-Ältesten Nana Tomasa und Nana Sebastiana, Johann Chantney, Christina von Dreien, Thomas Young, Katharina Sebert, Christel Ströbel und viele weitere wunderbare Weisheitslehrer begleiten dich in diesem Summit. Auf die Reise zu dir selbst. Möchtest du an dieser Reise teilnehmen, dann trag dich unbedingt hier ein mit deiner E-Mail-Adresse und sei dabei. Ich freue mich sehr auf dich. Alles Liebe, deine Alicia.